Wir haben nicht mehr zu wieder Kizunai-Hara in meinem Let's Play von Felix, äh, jetzt hätte ich viel nicht zu weit gesagt, äh, ja, Majora's Mask. So, ich muss mich ein bisschen beeilen wegen, äh, ja, ihr wisst schon. Ich wollte ja bei 1 Uhr ja noch dieses Ding, diese Sache mit der Oma machen, die von dem Dieb angegriffen wird. Okay, so weit, so gut. Aber die Zeit wird fucking knapp. Ah! Beam schneller. Okay. Dann jetzt hier an dieser Stelle nochmal dieser, dieses Lied. Sehr gut. Dann... Müsst du wohl. Beam mich rüber! Zum Herzteil! Und jetzt habe ich neues Herz. Schön. Ich hab's geschafft. Uh, vor 1 Uhr. Jetzt muss ich aber hin und machen und noch zu diesem Platz erstmal kommen. Oh. Erfolgserlebnis! Oh, ho, 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 ho. Danke, Fugi. Ich hab die, ich hab die Vogelscheuche jetzt Fugi genannt. So. So, wo das erledigt ist, kann ich ja, denke ich mal, die Hasenohren wieder aufsetzen. So, jetzt muss ich nämlich hin und machen. Sehr gut! Ich bin auch rechtzeitig angekommen. Schön. Ach, da wartet der schon. Der Sarkon. Dieser kleine Wichser. Um die Oma da zu überfallen. Süße, er spielt mit seinem Schwert rum. Okay. Dann mach mal. Mach mal, damit ich dir in den Arsch treten kann. Du feiger Hund. Wow, geht's noch langsamer, bitte. Oh. Oh. Egal. Egal, ich hab das mit den Dings erledigt. Das heißt, das, was am letzten Tag vorkommen wird, ist mir sicher. Das stimmt mich dann wieder etwas positiver. Grinst. So. Dann wollen... Jetzt können wir uns um den... Schädelküsten-Tempel-Tempel-Tempel kümmern. Um da den Frosch abzuholen. So. So. Dafür brauch ich erstmal... Was brauch ich alles dafür. Sora. Enterhaken. Ocarina hab ich ja schon. Ähm. Ja. Enterhaken auch. Gut, brauch ich nur. Oh, ich muss natürlich die Scheiße da ausziehen. Ausziehen! Okay. Ähm. Hm. Bossa Nova der Kaskaden. Bossa Nova der Kaskaden. Gut. Ich werde an dieser Stelle mit dem Tempel aber auch so weit gehen, dass ich auch einfach für noch ein weiteres Herz teil... Das hat jetzt nichts mit dem Fröschen zu tun. ...noch mal den Fisch bekämpfe. Ich will... Nee. Winke, winke! So. Dann muss ich erstmal... ...zu diesem Bereich erstmal kommen. Das war, glaube ich, diese Stelle mit Dings. Das war, glaube ich, einfach zu finden, wenn man die Feuerpfeile hat. Aber war richtig ärgerlich, weil wegen... ...weil an diesen Stellen gerne mal das Spiel abstürzt. Dann sollte ich vielleicht zu diesem Anlass... ...Äh... ...Safe State setzen. Genau. Ach nee. Da war ja auch was. Ich muss... Ich muss ja hier Dings... ...ma... ...ma... ...ma, du sollst... ...dank. Schwere Geburt. Zu diesem Anlass... ...mache ich dann doch lieber, wenn ich... ...wenn ich an dieser Stelle bin... ...einen kurzen, knackigen Safe State. Muss ja leider sein, weil wegen... ...Absturz des Spiels und... ...als ob ich Lust hätte, das... ...die Scheiße jedes Mal zu wiederholen. Zack. Dann. So. Geschafft. Soweit, so gut. Ähm. Ja, das sieht doch echt gar nicht mal so... ...übel aus. So. Als nächstes... Ja. Dann können wir... ...herabsteigen. Herabsteigen. So, war das der Bereich? Ähm. Könnte gut sein. Bin mir aber nicht sicher. Ah. 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 Okay. In diesem Moment... ...hab ich wieder vergessen, wie dieser... ...Schild geht. Ähm. Ah. Und... ...mach kaputt. Ja. Gut, ich komme hin. Das ist doch schon mal ein Anfang. Kletter doch einfach rauf. Mann. So. Muss ich mich unbedingt mit diesen Spacken abgeben? Muss ich nicht. So. Da wäre es doch. Da jetzt noch mal hinzukommen. Ja, ja. Das ist eine Kunst für sich. Okay, dann setze ich hier mal einen Safe State. Moment. Ich habe nämlich Hotkey vergessen. So, diesmal merke ich mir den verdammten Hotkey. So. Gut. Mana habe ich auch genug. Was? So. Dann jetzt. Zack. Habe ich mir den Hotkey gemerkt. Dann setze ich... Ups. Ja, ist gut. So. Erstmal in dieser Scheiße vorbei. So. Bitte. Wusste es. So. Gut, dass ich... gedingst habe. Ich hasse das zu machen. Und das auch noch live im LP. Ich hasse es wirklich. Das kann man mir glauben. Aber anders geht es ja leider nicht. Weil ich spiele ja meist Arschloch zu mir sein zu müssen. So. Dann ist das erledigt. Dann kommt der wieder hier hin. Da bist du ja. G'day. G'day. Okay. Verdammt. Ey, das hasse ich am meisten. Wenn ich nicht rechtzeitig nach oben gucken kann. Boah. Jetzt braucht er wieder Ewigkeiten, um diesen scheiß Angriff auszuführen. Na, fuh dich. Na, fuh dich. Na, fuh dich. Schuh not. Diesmal nicht. Mann! Fick dich doch, du blödes Vieh! Boah! Und diese Angriff dauert so endlos lange. So, Mann! Blödes Arschloch! Verziehe mich wieder direkt. Bleib ich doch lieber auf der Ecke. Boah! Ist das zum Kotzen! Der schmisch mich jedes Mal. Ich hab's kapiert! Ich hab wieder bald kein Mana mehr. Ja! Ich hab nicht gesagt, dass du hier Dings sollst. Oh, nee. Ich hab kein Mana mehr. Scheiße! Schnell in die Ecke. Du sollst... Nein! Da ist doch die Flasche! Oh, fick dich! Boah! Blöder Stalker! Piss dich endlich weg, du Vergewaltiger! Ja, ist gut. Ich hab's kapiert. Blödes Arschloch! Mann! Was macht man nicht für Herzteile? Ohne Witz! Wenn es nicht für dieser Motherfucking Herzteil wäre, dann würde ich mich nicht nochmal mit dir abgeben. Hundesohn! Ich wollte nicht so angepisst sein, aber der hat mich so gezwungen. So, wo bist du? Ja, ja, ich bin Domgero. Der Frühling ist hergekommen. Kannst du deinen Freunden? So, nun piss dich weg! Ich möchte jetzt hier nur noch diesen scheiß Fisch nochmal kaputt hauen. gib mir doch bitte Herzen. Dann hab ich wenigstens noch noch eine kleine Chance gegen Georg. Der Fisch ist nämlich scheiße genug ohne links. ich will Herzen ach, da wird dann sicher wieder kein Herzen sein. Auf jeden Fall, ich kümmere mich jetzt um den scheiß Fisch. Dann, ja, dann bis gleich. Ich hab's geschafft, diesen blöden Fisch nochmal zu erledigen. Ich hasse ihn. muss ich mir jetzt noch mal das Gequatsch der Schildkröte hören? Aber zum Glück nicht für lange. Egal. So, wo das erledigt ist, kann ich mir gleich nochmal ein Herzteil holen. Und zuerst geh ich mal zur Bergsiedlung wegen den Fröschen. Was jetzt erledigt ja ist. Helft. So, ähm, nochmal die scheiß Maske vergleich den Enterhaken. Ja. Ich habe auf dich gewartet, Don Gero. Verzeih mir, wenn ich mich täusche, aber bist du ein wenig schlanker geworden? Wie du sehen kannst, ist der Winter nun vorüber und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lasst unseren Gesang beginnen. Oh, süß. Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Wofür ich ein Herzteil kriege. Geil! Lasst uns wieder mal zusammen musizieren. Das ist so niedlich, das Lied. Auf ne verquere Art und Weise ist das niedlich. Und ja, das Lied wird man nicht mehr los. Hi. So. Das erledigt ist. Kann ich zurück zur Schädelküste? Nicht zum Kapsora, sondern Schädelküste? Jetzt müsste es irgendwo ein Boot geben. Ein Boot. Ein Boot. Motherfucking Boot. I'm on a boat. I'm on a boat. Everybody look at me because I'm sitting on a boat. Hasenohren wären vielleicht ganz praktisch. So. Von irgendwo kann man ein Dings sehen. Ein Boot. Booty! Ach, da drüben ist das! Da muss ich ja extra hin Dingsen. Hinschwimmen. So, ist's besser. Dich kümmere ich mich gar nicht erst. So. Des Fischers springen lebendige Herausforderungen. Dann kommen sie mit dem Boot zur Insel des Fischers, um genaueres zu erfahren. Sehr gerne. Pfeile? Geld. Gut. Dann auf, auf! Bring mich hin! So. Dann brauche ich jetzt hier den Enter-Haken zu diesem Anlass. So, dieser Typie. Verdammt! Ma! Ha! Erwischt. So. Oh, Verzeihung. Abends und morgens mache ich Pause. Komm, später wieder. Willst du mich verarschen? Ey, blöder Wichser! Gut, wie du willst, dann verpisse ich mich woanders hin. So. Puh! Puh! Wenn du meine Gesellschaft nicht willst, dann puh! Ja, komm, lass erst mal hier den Dings. Na, süß. gut. Dann beende ich den Part. Wenn du so willst. Hier, Mittelfinger. Egal, ob positive oder negative Bewertungen immer gesehen, das war's von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Ja, meine